Wie ihr seht, ich habe jetzt wieder eine Brille. Gestern bin ich mit meinem Neffen nach Saarluri reingefahren. Wir fanden auch ganz toll einen Parkplatz. Und dann schoben wir beide los und haben Fehlmann gesucht. Ganz nett und freundlich wurden wir begrüßt. Ich holte meine zerbrochene Brille raus. Ich war ja schon ein bisschen ängstlich, was daraus werden wird. Aber die junge Dame war so nett und hat gesagt, ja, da müssen wir ein neues Gestell haben. Ich habe schon ganz verzagt geguckt, weil da war ich ja nicht drauf vorbereitet, dafür auch noch wieder Geld auszugeben. Aber da sagte ich, das kostet nichts. Und das kostet auch nichts und die auch nicht. Die hat mir dann sehr gut gefallen und da habe ich gesagt, die nehme ich. Was kostet die denn? Ja, die kostet auch nichts. Nur das Umarbeiten kostet elf Euro. Ich war so bass erstaunt. Ihr glaubt es nicht. Und zwei Stunden später kann ich wieder mit vier Augen sehen. Es ist ein ganz anderes Leben. Ich habe nicht gewusst, dass es so schlimm ist, wenn man keine Brille hat. Quess nicht. Du bist findest auf der Zeit. Ich habe mir whichier gesagt, ob kämpfed. Ja. Girls509... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020